Guten Abend, herzlich willkommen bei Zeit Online im Berliner Newsroom. Ich bin Jochen Wegner und habe die Ehre, unseren Gast anzusagen. Die Veranstaltung war innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir sie ins Netz gestellt hatten, überbucht. Es tut mir leid, dass es ein bisschen eng ist. Wir haben zur Beruhigung Schnapspralinen verteilen lassen. Das hat Gründe, die nur die Menschen verstehen, die wissen, warum sie hier sind. Ich muss das Känguru leider entschuldigen, es konnte nicht. Er lässt schön grüßen. Es ist uns eine große Ehre, diesen Mann, der jetzt hier gleich erscheinen wird, bei uns zu haben. Der liest normalerweise vor vielen tausend Menschen, das tut er heute auch, aber im Internet, hat viele, viele, sehr viele Bücher verkauft. Ich darf nicht sagen, wie viele, sehr viele. Und ist seit vielen Jahren ein Star, und zwar, obwohl er sich aus vielen Leitmedien raushält. In letzter Zeit erscheinen doch immer wieder hymnische Kritiken über ihn. Er macht jetzt acht Monate Pause. Das heißt, das ist die letzte Veranstaltung, die man noch buchen konnte. Danach ist Schluss. Es gibt nur noch so ein bisschen nachgeklecker, aber man kann ihn einfach nicht mehr sehen. Er liest jetzt erst mal, sagt er, für die nächsten acht Monate. Ich freue mich sehr und soll noch grüßen Nico und Cora, denen wir diese Veranstaltung zu verdanken haben, Marc-Uwe Kling. Danke, danke, danke. Oh, das ist gut. Gut, ich soll einfach irgendwie Kängurgeschichten vorlesen. Das werde ich tun. Ich habe alle Bücher dabei und lese aus jedem ein bisschen was. Und ich fange sinnigerweise bei der ersten Geschichte an. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht. Und egal. Ding Dong. Achso, das Buch, ähm, äh, ja, also es fängt, also jetzt, wer nicht Bescheid weiß, also, ähm, für den gibt's hier eine Einstiegshilfe, also, was bisher geschah, nicht. Ja, okay. Jetzt kann ich anfangen. Ding Dong. Es klingelt. Ich gehe zur Tür, öffne und stehe einem Känguru gegenüber. Ich blinzle, gucke hinter mich, schaue die Treppe runter, dann die Treppe rauf, gucke geradeaus. Das Känguru ist immer noch da. Hallo, sagt das Känguru. Ohne den Kopf zu bewegen, gucke ich nochmal nach links, nach rechts, auf die Uhr und zum Schluss zum Känguru. Hallo, sage ich. Äh, ich bin gerade gegenüber eingezogen, wollte mir Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, als ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit zwei Eiern zurück. Vielen lieben Dank, sagt das Känguru und steckt die Eier in seinen Beutel. Ich nicke und es verschwindet hinter der gegenüberliegenden Wohnungstür. Mit meinem linken Zeigefinger tippe ich mir mehrmals auf meine Nasenspitze und schließe die Tür. Bald rauf klingelt es wieder. Sofort reiße ich die Tür auf, denn ich stehe immer noch dahinter. Oh, sagt das Känguru überrascht. Das ging aber schnell. Äh, gerade ist mir aufgefallen, dass ich auch noch kein Salz habe. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit einem Salzstreuer wieder. Vielen Dank, wenn Sie vielleicht noch ein wenig Milch und Mehl hätten. Ich nicke und gehe in die Küche. Das Känguru nimmt alles, bedankt sich und geht. Zwei Minuten später klingelt es wieder. Ich öffne und halte dem Känguru Pfanne und Öl hin. Danke, sagt das Känguru. Gut mitgedacht. Wenn Sie vielleicht noch einen Schneebesen hätten oder ein Rührgerät. Ich nicke und gehe los. Und vielleicht eine Schüssel zum Mixen, ruft mir das Känguru hinterher. Zehn Minuten später klingelt es wieder. Kein Herd, sagt das Känguru nur. Ich nicke und gebe den Weg frei. Gleich recht, sage ich. Das Känguru geht in die Küche und ich folge ihm. Er stellt sich so ungeschickt an, dass ich die Pfanne übernehme. Wenn Sie vielleicht noch etwas zum Füllen hätten, sagt das Känguru. Buntes Gemüse oder gar Hackfleisch. Hackfleisch müsste ich erst kaufen, sage ich. Kein Problem, ich habe Zeit, sagt das Känguru. Es ist eh besser, wenn der Teig noch etwas Luft bekommt. Ich nehme den Schlüssel vom Haken. Aber nicht zu Lidl, ruft mir das Känguru hinterher. Die Arbeitsbedingungen da sind unter alle. Ich gehe also zum Metzger und kaufe Hackfleisch. Als ich wieder ins Haus komme, begegnen mir die Nachbarin von unten. Haben Sie den Neuen gesehen? Fragt sie. Ich nicke. Na der ist ja wohl auch nicht von hier, wa? Ja gut, das war die erste Geschichte. Dann überspringe ich jetzt mal hier ein paar Seiten. Das Känguru ist bei mir eingezogen. Egal. Theorie und Praxis. Vor fünf Jahren hatte ich einen Flug im Internet gebucht. Äußerst günstig, versteht sich. Abflug fünf Uhr dreißig. Fünf Uhr dreißig. Morgens. Es war unbestreitbar ökonomisch richtig, den frühen Flug zu nehmen. Die praktische Umsetzung meiner Wahnsinnstat bekümmerte mich nicht im geringsten. Als heute um halb vier der Wecker klingelte, bin ich selbst zum Opfer meines Fünfjahresplanes geworden. Wir fliegen von Berlin-Schönefeld nach Berlin-Tegel. Das ist auch ganz interessant. Also ich hatte immer Angst, dass dieser Witz bald nicht mehr funktioniert, wenn es nur noch einen Flughafen gibt, ja? Aber das ist mir erspart geblieben. Ich glaube, der wird noch auf Jahre funktionieren. Wir fliegen von Berlin-Schönefeld nach Berlin-Tegel. Wollen da im gleichnamigen See baden. Durch den Frühbucher-Rabatt war der Flug ein Euro billiger als S-Bahn zu fahren. Als wir das Ticket für die S-Bahn zum Flughafen lösen, beschleicht mich der unangenehme Verdacht, irgendeinen Denkfehler gemacht zu haben. Am Flughafen gibt es zufällige, verdachtsunabhängige Intensivkontrollen und wie immer wird zufällig, verdachtsunabhängig, ausgerechnet das Känguru kontrolliert. Weil ich zufällig, verdachtsunabhängig, nicht so unverdächtig weiß, mitteleuropäisch aussehe, fragt es. Exakt, brummt der outgesauste, lohnt gedammte Sicherheitsdienstleister. Und nun? fragt das Känguru. Was willst du von mir, Mann ohne Eigenschaften? Also ein kleiner Germanisten-Bit eingebaut. Lernen Sie mal bitte einen Beutel. Wahnsinn, was es immer alles dabei hat. Kurt Cobains Tagebücher, eine Familienpackung Aspirin, einen alten Teddybär, eine Hängematte, ein Schlauchbrot, eine Mao-Bibel, rote Boxhandschuhe, diverse Aschenbecher, zwei Packungen Schnaps-Berlinen, mein MP3-Player. Ach, guck an, sag ich. Mein MP3-Player. Das Känguru zuckt mit den Schultern. Ach, mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Dann jetzt noch den Beutel aufs Band, bitte, sagt der Mann. Das Känguru blickt ihn verwirrt an. Das, das, das geht nicht, sagt es konsterniert. Den Beutel bitte aufs Band, wiederholt der Mann. Der, der, der ist, der ist angewachsen, sagt das Känguru. Der Beutel, sagt der Mann nochmal überdeutlich. Muss aufs Band. Seine Kollegin versucht mit einer Übersetzung weiterzuhelfen. Please put the Beutel on the band. Das Känguru zieht mehrmals an seinem Beutel, macht dabei äh 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 äh. Quietschgeräusche und sagt überdeutlich ungenervt. Angewachsen, geht nicht. Der Beutel muss aufs Band. So sind die Vorschriften, brummt der Mann. Das ist entwürdigend, ruft das Känguru eine Minute später vom Band. Kurz bevor sein Kopf in der Durchleuchtemaschine verschwindet. Also ich kann nix erkennen, murmelt die Frau hinter dem Bildschirm. Wir müssen das nochmal machen, sagt sie zum Känguru, als es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und drehen Sie den Beutel bitte nach oben. Ihr habt ja wohl den Arsch auf und beginnt das Känguru zu fluchen. Der Mann nimmt sein Funkgerät, um Verstärkung zu rufen. Ich blicke das Känguru flehend an. Es schnaubt böse, hüpft vom Band, stampft wieder zurück und legt sich nochmal andersherum drauf. Ein Idiot in Uniform, sagt das Känguru, ist immer noch ein Idiot. Ein Idiot in Uniform, sagt der Mann, ist immer noch in Uniform. Kann ich schon durchgehen, frage ich. Schuhe aus, Hut ab, Jacke weg, Gürtel auf, Pullover runter, sagt der Mann. Als das Känguru wieder ganz in der Maschine drin ist, hört man seltsame Geräusche und plötzlich ist das Bild auf dem Monitor verschwunden. Der Kopf des Kängurus wird unter dem schwarzen Gummivorhang vorgeschoben. Und was meinen Sie, Doktor? Fragt es im fatalistischen Tonfall eines Emergency Room Statisten. Ist es was Schlimmes? Ich habe mich derweil komplett ausgezogen und frage, ist gut so oder soll ich noch die Haare wegrasieren? Vier Tage später werden wir aus der Untersuchungshaft entlassen. Nachdem das Känguru erfolgreich argumentiert hat, es sei nur an den Kabeln hängen geblieben, während ich mich damit entschuldige, nur die Anweisung in vorauseilendem Gehorsam zu Ende gedacht zu haben. Wir werden ins Flugzeug gesetzt, bis drei Minuten später landen wir in Tegel. Das Känguru ist aber immer noch mies drauf, weil es für seinen Beutel auch noch zehn Euro Gepäckzuschlag bezahlen musste. So, ja, und das war die Geschichte. Diese, hier heißt Hirngespinste. Ich habe mal nachgedacht, sagt das Känguru. Hört, hört, sage ich. Glaubst du an Schulden? Hä? Fragst du mich, ob es Schulden gibt? Natürlich, alle haben Schulden. Ob ich daran glaube oder nicht, ist doch irrelevant. Nee, ganz im Gegenteil, sagt das Känguru. Das ist irrelevant. Schulden sind ja nichts Reales, also weißt du, wie ein Haus oder eine Käse-Stulle, sondern sind ja nur eine Absprache, sind nur im Kopf, verstehst du? Guck, sagt das Känguru, ich schulde dir noch 4,95. Für die Wasserpistole, die Science-Fiction-Geräusche macht? Ja, für die Wasserpistole, die Science-Fiction-Geräusche gemacht. Und jetzt tun wir beide einfach so, als würde ich dir nichts schulden. Und? Jetzt schulde ich dir nichts mehr. Ein paar Sekunden blicke ich stumm das Känguru an. Aha, sage ich. Schulden sind ja ein bisschen wie Gott, sagt das Känguru. Wenn man nicht daran glaubt, muss man sie nicht fürchten. Nochmal zum Mitschreiben, sage ich. Du behauptest also jetzt, dass du mir gar keine 4,95 schuldest. Genau, sagt das Känguru. Und wenn es zum Beispiel alle so tun würden, als hätte Griechenland, keine Schulden mehr, dann hätte Griechenland auch keine Schulden mehr. Ja, sage ich, aber warum sollten das die Gläubiger tun? Das ist das Schöne daran, sagt das Känguru. Es reicht, wenn es die Schuldner tun. Wenn sich die alle einig sind, das wären dann nämlich ungefähr 99,9% der Weltbevölkerung, könnten die Gläubiger kommen und sagen, ey, ihr habt Schulden bei uns. Und wir stellen uns einfach dumm und sagen, weiß ich nichts von. Hm, sage ich. Und jetzt stell dir vor, wenn einfach alle so tun würden, als hätte keiner mehr Schulden, dann gäbe es keine Schulden mehr. Das ist doch irre. Da lässt man die Leute verhungern und erfrieren, aber nicht, weil es an Häusern oder Käsestullen mangelt, sondern nur wegen Hirngespinsten. Ja, aber wenn man deinen Vorschlag in die Tat umsetzt, dann würde, glaube ich, das ganze Weltwirtschaftssystem zusammenbrechen, sage ich. Umso besser, sagt das Känguru. So, taugt eh nix. So, eine noch hier, Gesundheit. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ursprüngliche Akkumulationen. Wir stehen am Hauptbahnhof. Das Känguru muss mal. Ich muss auch. Allerdings nicht aufs Klo, sondern nur davor warten. Nach einer Minute kommt das Känguru zurück. Ist dir klar, dass die meisten Krisentheorien des Kapitalismus, die den baldigen Zusammenbruch vorhersagen, daran kranken, dass sie unterschätzen, wie viele einst wertfreie Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens noch der kapitalistischen Verwertungskette anheimfallen können, um solchermaßen die Krisentendenzen durch eine quasi erneute ursprüngliche Akkumulation abzuschwächen? Fragt das Känguru. Ich seufze. Brauchst du Geld fürs Klo? Frage ich. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja, gut. Ich trinke mal einen Schluck. Wir wechseln die Farbe. Jetzt wird es rot. Die Geschichte heißt Guten Tag, Kollege. Das Känguru zieht an seiner Tüte. Schon mal darüber nachgedacht, dass es von uninformiert kein langer Weg zu uniformiert ist? fragt es und legt die Tüte im Blumenkasten ab. Man muss nur ein N wegnehmen. Dann spuckt es in den Blumenkasten. Boah, das ist ja eklig, rufe ich. Was denn, soll ich etwa vom Balkon runterspucken? fragt das Känguru und spuckt nochmal den Blumenkasten. Es friemelt sich etwas Tabak aus dem Mund. Der Filter ist nicht so gut geworden. Ich blicke auf die unzähligen toten Pflanzen in den Kästen. Was für ein Massaker, sage ich kaufschüttelnd. Willst du unterstellen, die Pflanzen sind kaputt gegangen, weil ich da ab und zu reingespuckt habe? Entweder das oder du hast ihm zu viele Wortwitze erzählt. Au contraire, ruft das Känguru. Ich glaube, Gerlinde gesagt, dass die Pflanzen vertrocknet sind, weil ich nicht oft genug reingespuckt habe. Das ist wahrscheinlich hochgiftig, was du da ausspuckst. Quatsch, ich kann gut mit Pflanzen, sagt das Känguru. Ich habe den grünen Gaumen. Boah, wie wehrlich. Das Känguru spuckt nochmal auf die toten Küchenkräuter. Und ich hatte mir letzten Sommer Sorgen gemacht, sage ich, weil ich das Gefühl hatte, von der Petersilie high zu werden. Fressflash, ruft das Känguru und zieht einen halb gegessenen Schokoweihnachtsmann aus seinem Beutel. Früher haben wir die Verpackungen von den Schokoweihnachtsmannern sehr sorgfältig abgezogen und geblättet. Und dann haben wir auf dem Schulhof miteinander getauscht, sagt das Känguru. So war das damals im Osten. Als ich zur Grundschule ging, der hatten alle so tolle Stickeralben, sage ich, mit bunten, glitzernden, sogar mit phosphoreszierenden Aufklebern. Nur ich war der einzige Junge auf der ganzen Welt, dem seine Eltern kein Stickeralbum gekauft hatten. Ich weiß nicht mal mehr, warum. Wahrscheinlich fanden sie es zu teuer oder zu blöd oder sie konnten mich nicht leiden. Jedenfalls habe ich mir dann selber ein Stickeralbum gebastelt, indem ich die leeren Folien zusammentackerte, die übrig blieben, wenn mein Papa seine Adressaufkleber verklebt hatte. Darin habe ich dann Schreibmal wieder Aufkleber von der Bundespost. Sie waren weiß, oval und mit einer fetten Taube und ist so furchtbar hässlich in ein Herz-für-Kinder-Aufkleber gesammelt. Warum hast du nicht gleich die Adressaufkleber von deinem Vater gesammelt, fragt das Känguru. Hab ich, sage ich. Davon hatte ich eine ganze Menge im Album. Niedlich. Aber die anderen Kinder wollten nie Aufkleber mit mir tauschen. Es muss hart gewesen sein, im Kapitalismus aufzuwachsen, sagt das Känguru. Ihr dürftet ja nicht mal ohne Gängeleien in schöne Mecklenburg fahren, um Urlaub zu machen. Ne, sage ich. Immer nur in die Südsee. Jedes Jahr in die Südsee. Das muss genervt haben. Das hat genervt, sage ich. Aber es war auch nicht alles schlecht im Westen. Zum Beispiel hattet ihr Farben, sagt das Känguru. Ja, und wir hatten in Einkaufszentren riesige Container mit unfassbar vielen kleinen giftigen Plastikbällen, wo man seine Kinder loswerden konnte. Was ich damals schon an Weichmachern gelutscht habe. Naja, wie dem auch sei. Ich fand mein Sticker-Album trotzdem super. Ich hab das sogar noch in einer Kiste auf dem Schrank. Ich hab die Weihnachtsmänner bestimmt auch noch irgendwo, sagt das Känguru und beginnt tief unten in seinem Beutel zu graben. Allerhand Dinge, die im Weg sind, wirft es achtlos zur Seite. Zwei rote Boxhandschuhe in der Packung Schnapsfarlinen, Band 17 bis 23 der Marx-Engelswerke, diverse Aschenbecher, ein sich selbst aufblasendes Riesenkänguru, ein Tacker, ein Flachbildschirm, ein Bolzenschneider und ein Fabergé-Ei, das ich gerade noch auffangen kann. Es zieht eine riesige Mindmap aus seinem Beutel, auf der Masterplan steht und danach einen kleinen Zettel, auf den es die Weltformel gekritzelt hat. Null gleich Null. Schließlich zieht es ein Elementarlehrbuch Deutsch für Ausländer hervor. Hier, guck, sagt es. Damit hab ich Deutsch gelernt. Echt? Frage ich. Ja, kurz nach dem Vietnamkrieg, als wir aus Ho Chi Minh City nach Ost-Berlin gekommen sind. Davon hast du nie erzählt. Naja, sagt das Känguru. Gibt's nicht viel zu erzählen. Mutti und ich kamen ja als Vertragsarbeiter in die DDR. Beim Vietkong gab es nichts mehr für uns zu tun und in Ostdeutschland herrschte Arbeitskräftemangel. Deshalb hat die DDR Arbeiter aus sozialistischen Bruderstaaten eingeladen. Das Känguru reicht mir das Lehrbuch. Es heißt Guten Tag, Kollege. Ich schlage es in der Mitte auf und lese laut vor. Lesen Sie. Die Fahrt in den Betrieb. Peter. Guten Tag, Antonio und Carlos. Was habt ihr heute gemacht? Antonio. Wir sind heute das erste Mal in den Betrieb gefahren. Peter. Wann seid ihr zur Haltestelle gegangen? Carlos. Schon um 5.20 Uhr. Zuerst ist der Bus Linie 12 gekommen, aber den Bus haben wir nicht genommen. Er fährt nicht zum Betrieb. Peter. Habt ihr lange gewartet? Antonio. Vielleicht 10 Minuten. Peter. Und wie lange dauert die Fahrt zum Betrieb? Antonio. Ungefähr 15 Minuten. Peter. Habt ihr pünktlich mit eurer Arbeit begonnen? Carlos. Ja, pünktlich um 6. Ich klappe das Buch wieder zu. Glaubst du, Peter war bei der Stasi frei? Wahrscheinlich waren sie alle drei bei der Stasi, sagt das Känguru. Ich stand jedenfalls nicht um 5.20 Uhr an der Bushaltestelle, um den Leuten in der Linie 12 zu winken. Klapp mal ganz hinten auf. Ich tue, wie mir geheißen. Da liegen sorgfältig abgezogen und geplättet zwei Weihnachtsmänner. Los, hol dein Sticker-Album, sagt das Känguru. Dann können wir tauschen. So. Und die folgende Geschichte heißt Razzupaduf. Ich setze mich an meinen Computer und hole meine E-Mails ab. Einige davon lese ich und schiebe sie in den Beantworten-Ordner meines Mail-Programmes. Dann verschiebe ich ein paar ältere E-Mails aus dem Beantworten-Ordner in den Dringend-Ordner. Und dann verschiebe ich ein paar noch ältere E-Mails aus dem Dringend-Ordner in den wirklich Dringend-Ordner. Dann lösche ich einige von der Zeit überholte E-Mails aus dem wirklich Dringend-Ordner und schalte den Computer wieder aus. Es überkommt mich das wohlige Gefühl, heute schon richtig was erledigt zu haben. Das Känguru sitzt am Schreibtisch und kritzelt in ein kleines Buch. Hast du zufällig mal ein Jo-Jo gesehen, frage ich. Weißt du, das aus Terracotta, das mir der chinesische Jo-Jo-Guru geschenkt hat? Nein, sagt das Känguru ohne aufzublicken. Ich warne dich, sage ich, wenn du es heimlich genommen hast, dann müsste ich das als Vertrauensbruch erster Güte werden und die Konsequenzen... Schreib mir doch diesbezüglich eine E-Mail, sagt das Känguru. Und setze die Worte Viagra und Penispumpe in den Betreff, dann kümmert sich mein Spam-Filter darum. Und jetzt sei still, ich muss mich konzentrieren. Was schreibst du denn da überhaupt? Ich habe mich entschlossen, ein Tagebuch zu führen. Der Gedanke wurde mir nämlich unerträglich, dass meine unglaublich reiche und gehaltvolle Gedankenwelt für die Nachwelt verloren sein soll. Aber ich schreib doch sowieso immer alles mit, sage ich. Nicht meine innersten Gedanken, sagt das Känguru. Die kennst du nicht. Oh doch, sage ich. Ich weiß, was du denkst. So? fragt das Känguru. Was denke ich denn? Du denkst, Zeit für ein Schnitzelbrötchen. Das Känguru blickt auf. Das war nur Zufall, ruft es. Darf ich dein Tagebuch lesen, frage ich. Oh, ganz im Gegenteil, sagt das Känguru. Das müsste ich als Vertrauensbruch erster Güte werden. Es steht auf, packt das Buch in die Schreibtischschublade und schließt diese ab. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, sagt es. Muss für die Schachbox-Weltmeisterschaft trainieren. Und gleich darauf ist es verschwunden. Der Schlüssel zur Schublade steckt. Plötzlich höre ich die Stimme von Prinzessin Leia in meinem Kopf. Sie ruft, Luke, Luke, eine Falle, eine Falle. Vorsichtig öffne ich die Schublade. Nichts explodiert. Ich nehme das Büchlein heraus und lese. Hallo, blödes Tagebuch. Es langweilt mich jetzt schon, dir zu berichten. Der Gedanke in späterer Zeit nachlesen zu müssen, was für ein Schwachsinn ich heute gedacht habe, ist mir ein Gräuel. Zum Beispiel habe ich mich heute Morgen gefragt, in wie vielen amerikanischen Universitäten Kant wegen seines obszönen Namens wohl vom Lehrplan gestrichen wurde. Und danach kam mir der Gedanke, dass mal jemand ein Wort erfinden sollte, das man flurend rufen kann, wenn einem plötzlich auffällt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Ich schlage Razzupaltuff vor. Jetzt gerade denke ich, dass ich versuchen sollte, den geliebten Führer Nordkoreas, den iranischen Präsidenten, den israelischen Premier und die ehemalige Gouverneurin von Alaska dazu zu bringen, ihre finanziellen Differenzen zu überwinden und unter dem Namen Die Fanatischen Vier die erste schwyzerdeutsche Hip-Hop-Platte von Weltgeltungen zu veröffentlichen. Ich würde das produzieren und dann würde ich Ihnen ein Konzert in der CO2-Arena organisieren. Ach, ich muss gestehen, blödes Tagebuch, dass ich dich eigentlich nur angelegt habe, weil ich Marc-Uwes blödes Terrakotta-Jojo kaputt gemacht habe und weil ich weiß, dass er nicht widerstehen kann, dich heimlich zu lesen. Haha, du bist so leicht zu spielen wie eine Kinderflöte, Alter. Ja, nun ja, jedenfalls weißt du es jetzt, aber du darfst mir keine Sehne machen, weil dann müsstest du zugeben, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast und dann werden wir Vertrauensbruch erstergütemäßig quitt und du dürftest drum nicht mit mir schimpfen und egal welchen Weg du wählst, er wird dich in den Wahnsinn treiben. Schönen Tag noch, dein Känguru. PS, falls du einkaufen gehst, bring bitte Schnappfralin mit. Razzupaltuff. So, hier habe ich, oh ja, diese Geschichte heißt Verbesserung des Betriebsklimas. Ich bin total willig, sagt das Känguru, ich möchte unbedingt einen Job. Warum, fragt die Frau vom Jobcenter. Es hat Angst, zu den unnützen Ausländern gesperrt zu werden, sag ich. Nee, sagt das Känguru, ich habe kein Geld. Jetzt hätte ich doch bisher auch nicht gestört, sag ich. Ja, aber jetzt stört es mich. Haben Sie denn schon mal eine feste Arbeitsstelle gehabt, fragt die Frau gelangweilt. Eine, fragt das Känguru. Tausende. Ich stand schon in einer riesigen Erdbeere und habe Erdbeeren gegessen. Ich bin als Grillwalker mit einer Gasflasche auf dem Rücken und einem Grill vor dem Bauch über den Alexanderplatz gestiefelt und habe Würstchen gegessen. Ich habe in einem schönen Sommer viele Konzerte in der Wuhlheide angeguckt, mit einem Fass auf dem Rücken, an dem ein Schlauch dran war und daraus habe ich Bier getrunken. Gute Jobs eigentlich. Ich habe es aber leider nie über die Probezeit geschafft. Ich wünschte, ich wäre tot, sagt die Frau. Wie bitte? Fragt das Känguru. Erzählen Sie ruhig weiter, sagt die Frau. Haben Sie irgendwelche Wunschvorstellungen? Äh, also ich könnte mir gut vorstellen, mich hinter eine Theke zu stellen und Schnaps zu trinken, sagt das Känguru. Referenzen. Ja, von meinem letzten Arbeitgeber habe ich ein Arbeitszeugnis bekommen, auf das ich wirklich stolz bin. So? Fragt die Frau und seufzt. Seigen Sie mal. Das Känguru kramt in seinem Beutel. Auf dem Schreibtisch klingelt das Telefon. Die Frau nimmt ab. Ja? Fragt sie. Aha. Ja. Ja. Aha. Ja. Ja. Sagt sie und beginnt sich dabei den Hörer gegen die Stirn zu schlagen. Aha. Ja. Ja. Das Känguru blickt mich besorgt an. Ich zucke ratlos mit den Schultern. Ja, wird gemacht, sagt die Frau und legt auf. Einige Sekunden blickt sie ins Leere. Äh, hier ist das Zeugnis, sagt das Känguru und reicht ihr ein Papier. Danke, sagt die Frau. Aber Obacht, sagt das Känguru. Das liest sich positiv, als es gemeint ist. Die benutzen da immer so einen Kapitalisten-Geheimcode. Die Frau liest laut vor. Das Känguru war bei seiner Arbeit immer unkreativ, unpünktlich, unflexibel, desinteressiert, nicht belastbar, kaum teamfähig, schwer zu begeistern und unkreativ. Vorgesetzten gegenüber war es unfähig, sich unterzuordnen, vulgär, obszön und gelegentlich handgreiflich. Vom Tacker bis zum Flachbildschirm waren alle ihm zugeteilten Arbeitsgeräte innerhalb von Stunden nicht mehr auffindbar. Schon am zweiten Arbeitstag versuchte es, mit einigem Erfolg einen Generalstreik zu organisieren. Die Firma sah sich gezwungen, nach neun Tagen eine fristlose Kündigung auszusprechen. Zu diesem Zeitpunkt war das Känguru allerdings schon mehrere Tage nicht mehr an seinem Arbeitsplatz erschienen. Die Frau lässt das Zeugnis sinken. Was daran liest sich positiver, als es gemeint ist, fragt sie. Nächster Satz, sagt das Känguru. Sie liest. In den fünf Tagen, die es tatsächlich bei uns gearbeitet hat, hat es allerdings durch seine Geselligkeit zur Verbesserung des Betriebsklimas weigetragen. Hä? Frage ich verwundert. Es ist ein Code für übertriebenen Alkoholkonsum, sagt die Frau. Du hast gesoffen auf Arbeit, frage ich. Ich kann das verstehen, sagt die Frau. Und holt einen Flachmann aus ihrer Schublade. So. Ein tragischer Held. Das K. war telefonisch verständigt worden, dass an diesem Tag eine kleine Untersuchung wegen seiner Registrierung stattfinden würde. Ich muss Ihnen sagen, dass der erste Besuch hier eine sehr kafkaeske Erfahrung für mich war, sagt das Känguru zu dem Mann von der Ausländerbehörde. Darum habe ich meinen Anwalt mitgebracht. Ich nicke freundlich. Können Sie sich ausweisen, fragt der Mann das Känguru. Ich dachte, das wäre Ihre Aufgabe, sagt das Känguru. Ich finde, es ist ein wenig viel verlangt, dass ich mich auch noch selbst ausweisen soll. Sie wissen sicher, dass das Ministerium für Produktivität eine neue Verordnung erlassen hat. Aufgrund derer alle Ausländer in eine von zwei Kategorien eingeteilt werden, sagt der Beamte zu mir. Produktiv oder unproduktiv. Und je nachdem, wie ich hier Känguru einteile, also genau genommen ist es nicht mein Känguru, sage ich, es gehört sich quasi selber, bekommt es entweder ein P oder ein U in seinen Pass gestempelt, fährt der Mann fort. Sie können mich nicht abschieben, ruft das Känguru. Ich habe doch einen festen Job. Ah ja, fragt der Mann. Ah ja, frage ich. Bei wem sind Sie denn angestellt, fragt der Beamte. Bei ihm, ruft das Känguru und deutet auf mich. Ah ja, fragt der Mann. Ah ja, äh ja, 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 sage ich. Genau, äh, es ist fest bei mir angestellt, als, äh, ich blicke das Känguru an, äh, Maskottchen, sage ich. Das Känguru wendet sich mir zu, verdreht die Augen und schüttelt fast unmerklich den Kopf. Als Maskottchen, fragt der Mann. Äh, äh, ich nehme es immer zu meinen Auftritten mit. Auftritte, fragt der Mann. Ich dachte, es ist ein Anwalt. Äh, äh, Anwalt und Kleinkünstler, sage ich. Von der Juristerei alleine kann man ja kaum leben. Und jedenfalls nehme ich das Känguru immer zu meinen Auftritten mit. Und da, da, äh, steht es dann am Eingang und verteilt aus seinem Beutel, äh, Aufkleber an die Leute. Aufkleber. Mhm. Da steht Scheißverein drauf, sage ich. Ich habe da nämlich so ein Lied geschrieben, das heißt Scheißverein und deswegen habe ich... Und wozu sollen diese Aufkleber gut sein? Fragt der Mann ungehalten. Ich habe zufällig einen dabei, sagt das Känguru. Er holt einen Scheißverein-Aufkleber aus seinem Beutel und klebt ihn auf den Schreibtisch des Mannes von der Ausländerbehörde. Sehen Sie, frage ich, es ist ein wunderbares Beispiel für die Einsatzmöglichkeiten des Aufklebers. Jeder Aufkleber ist ein kleiner Antiterroranschlag, sage ich immer. Wissen Sie, die Aufkleber sind so beliebt, dass ich schon darüber nachgedacht habe, eine internationale Edition drucken zu lassen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil Scheißverein so ein starkes Wort ist. Wenn ich das kurz demonstrieren darf, ich stehe auf und schreie... Scheißverein! Ich setze mich wieder während das Wort noch durch die Behörde halt. Da löst sich richtig was in den Bronchien, sage ich. Das befreit total, sagt das Känguru nickend und schreit. Scheißverein! Probieren Sie das auch mal, sage ich und rufe noch mal lauter. Scheißverein! Der Mann schüttelt den Kopf. Das ist wie so ein Mantra, sage ich, wie bei den Buddhisten das Om, nur noch viel stärker. Scheißverein! ruft das Känguru. Auf drei Versuch was mal zusammen, sage ich zu dem Mann. Okay, eins, zwei, drei, Ruhe jetzt, ruft der Mann. Scheißverein! Rufen das Känguru nicht. Starkes Wort, sagt das Känguru. Ja, aber gerade weil das so ein starkes Wort ist, macht mir die internationale Edition so viele Probleme, sage ich. Weil zum Beispiel... Ich weiß nicht, da löst sich nichts mit mir, ja. Klöppmerd, da fahre ich in den Urlaub hin. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich bitte um Ruhe, sagt der Mann. Oder Club of Shit, sage ich. Was soll das sein, ein Kartenspiel? Sagt der eine, hey, ich habe ein Full House, sagt der andere, ich habe nur ein Club of Shit. Sehen Sie still, sagt der Mann mit Nachdruck. Scheißverein! Schreit das Känguru. Oder Afferfierfirmde Excrementos, sage ich. Da löst sich nichts, da verknotet sich einem höchstens die Zunge. Ruhe, brüllt der Mann. Ich möchte, dass wir sofort wieder zu einer sachdienlichen Kommunikation. Scheißverein! Schreit das Känguru. Aber das ist doch sachdienlich, sage ich. Ich brauche das Känguru, um diese Aufkleber zu verteilen. Das versuche ich Ihnen gerade zu vermitteln. Ich werde das bei Gelegenheit kontrollieren, schnaubt der Mann. Kurz halte ich inne. Es putzt auch immer bei uns zu Hause, sage ich. Das könnten Sie auch mal kontrollieren. Das werde ich tun, ruft der Mann. Es kocht, kümmert sich um die Kinder, pflegt den Garten, renoviert die Wohnung. Warum nicht vor mich hin? Und bei der kleinsten Unstimmigkeit geht es zurück nach Australien, ruft der Mann. Hallo? Ruft das Känguru empört. Nur weil ich ein Känguru bin, glauben Sie also, dass ich aus Australien komme? Und jeden Moslem schieben Sie wohl nach Mekka ab? Und jeden Schwarzen nach Schwarze Afrika? Verdammter Rassist! So, so. Ein Rassist bin ich also, sagt der Mann. Nur weil ich dafür sorge, dass Deutschland lebenswert bleibt. Weil ich warne, das Boot ist voll, deshalb bin ich also ein Rassist. Weil ich sage, Deutschland den Deutschen und den brauchbaren Ausländern. Deshalb bin ich schon ein Rassist, erwähnt sich an mich. Sie als Deutscher denken Sie dasselbe über mich. Äh, nein, sage ich, für mich sind Sie eher wie der tragische Held in Sophocles bekanntestem Theaterstück. Kurz schweigt der Mann. So. Nun ja, sagt er dann. Genau, ein tragischer Held. So sehe ich mich auch manchmal. Na gut. Er stempelt ein Fragezeichen in den Pass des Kängurus. Dann gehen Sie mal. Aber nehmen Sie bitte Ihr Maskottchen mit. König Oedipus, flüstert das Känguru, als ich die Tür des Büros hinter mir zuziehe. Chapeau. Du hast ihn gerade auf extrem subtile Weise einen Motherfucker genannt, Alter. Das ist eine Auslegungsfrage, euer Ehren. Tja. Also jetzt kommt ein, äh, ein lilanes Buch, das heißt Überwachen und Schlafen. Das ist ein Buch, was ich mit meiner Lesebühne gemacht habe. Da sind aber auch Känguru-Geschichten drin. Allerdings passt sie überhaupt nicht in die Zeit. Scheiße ist das kalt, flucht das Känguru. Es hüpft vor mir durch den Schnee die roten Boxhandschuhe über dem Pfoten und unfassbar rosa-farbene Ohrschütze auf dem Kopf. Klotz nicht so blöd, schimpft das Känguru. Ich weiß, dass das scheiße aussieht. Es lässt einen Ast los, der mir direkt ins Gesicht klatscht. Warum folge ich dir nur immer wieder auf diese Abkürzungen, murre ich. Aber die Frage bleibt nur als lauwarmer Nebel in der eiskalten Abenddämmerung hängen. Da vorne müsste der Weg sein, sagt das Känguru. Vertrau mir, meine alten Dschungelinstinkte werden wieder wach. Dschungelinstinkte. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir uns im Tiergarten verlaufen haben. 15 Minuten später. Ich denke, wir sollten unsere Lage akzeptieren und hier Feuer machen, sagt das Känguru. Er ist ja zum dritten Mal dieselbe Lichtung betreten. Wenn der Tag anbricht, finde ich auf jeden Fall hier raus. Ich verdrehe die Augen und schimpfe vor mich hin. Das Känguru macht derweil Feuer. Plötzlich blickt es mich seltsam an. Sag mal. Darf ich dich essen, falls du erfrierst? Was? Ruf ich verstört? Nein. Wieso denn nicht? Fragt das Känguru. Ich finde das sehr egoistisch von dir. Wenn ich vor dir erfriere, darfst du mich essen. Ich will dich nicht essen, das ist ja ekelhaft. Na danke, sagt das Känguru. Du bist ja auch ekelhaft. Es wirft ein Ast ins Feuer und reibt dich die Pfoten. Du müsstest mich ja nicht roh essen, sagt es nach einer Weile. Du könntest mich ja grillen. Ich würde dich grillen. Es zieht etwas aus seinem Beutel. Du hast Gewürze dabei, frag ich. Na, na, ruft das Känguru herausfordernd und bestreut sich selbst. Wollen wir mal sehen, ob ich mich dir nicht doch schmackhaft machen kann. Ein bisschen Curry hier, ein bisschen Koriander da. Bäh, ich hasse Koriander. Hören Sie mal, brummt da plötzlich eine fremde Stimme. Die Diskussion können Sie sich gleich mal sparen. Grillen ist im Teil vom Tierjarten sowieso nicht erlaubt. Ich bin vom Ordnungsamt. Die diebnen saftigen Strafzettel. Das Känguru muss seit unserem ungebetenen Gast. Sagen Sie mal, sagt es, würden Sie sich von Ihrem besten Freund aufessen lassen, in einer Notsituation, wenn Sie sowieso sterben würden, ihn aber retten könnten? Ich arbeite fürs Ordnungsamt, sagt der Mann. Ich hab keine Freunde. Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie wir hier wieder rauskommen, frag ich. Sie haben sich verlofen. Ich nicke. Ich bin Tierjarten. Ich seufze. Dit ist nicht mein Zuständigkeitsgebiet. Wenn du erfrierst, sagt das Känguru zu mir, er sieht dich einfach trotzdem. Ich verbiete dir ein für alle mal, mich zu essen, zisch ich. Also ich hab zwar keine Freunde, funkt der Mann vom Ordnungsamt dazwischen, aber eh nicht, sag ich Ihnen. Wenn ich Freunde hätte, würde ich mich auf der Stelle von selbigen aufessen lassen. Stand der Bede, dafür müsste ich nicht mal erfroren sein. Einfach so würde ich mir Freunde aufessen lassen. Nur damit die nicht verhungern. Ich meine, wofür hat man denn Freunde? Oder auch wenn die keinen Geld für Mittag dabei haben, würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn die einfach Lust auf einen kleinen Snack haben, würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn beim Videoabend alle traurig wären, weil keiner Chips mitgebracht hat, würde ich sagen, Freunde, hier bin ich, esst doch mir auf. Da hörst du es, ruft das Känguru mir in den Egen zu. Sein Magen knurrt. Es wendet sich wieder dem Mann vom Ordnungsamt zu. Wollen wir Freunde werden? Ja, vielen Dank. Wir kommen zum blauen Buch. Das Känguru kommt in mein Zimmer und schaltet das Radio aus. Es zieht neun zusammengerollte Blätter aus seinem Beutel. Ich habe hier neun Prophezeiungen über deine Zukunft, sagt es. Wer hat da prophezeit? Ich natürlich. Ich glaube, du liest zu viel Fantasy. Willst du die Prophezeiungen hören oder nicht? Klar, schieß los. Sie sind aber nicht umsonst. Was sollen deine mystischen Prophezeiungen denn kosten? Einen Blutstropfen? Eine Haarsträhne? Eine Augenwimper? 20 Euro. Was, rufe ich? 20 Euro? Das sind ja fast 40 Mark. 80 Ostmark. 400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Ja, ja, unterbricht mich das Känguru. Kommt zum Punkt. Die Prophezeiung muss erst noch geschrieben werden, für die ich 20 Euro zahlen würde. Falsch, sagt das Känguru. Es holt ein Feuerzeug aus seinem Beutel und zündet drei der neuen Prophezeiungen an. Was machst du denn da? Ruf ich überrascht. Das Känguru beobachtet, wie die drei Schriftrollen zu Asche zerfallen. Ich habe hier sechs Prophezeiungen über deine Zukunft, sagt es. Gar nicht neugierig? Was in deiner Kindheit hat dich nur zu solch einem Monster werden lassen? Das Känguru macht das Feuerzeug an. Halt, rufe ich. Was sollen die sechs denn kosten? Die sechs kosten so viel wie die neuen. Nach einigem Nachdenken sage ich, ich biete dir fünf Euro. Du Krämer Seele, ruft das Känguru. Mann, feilscht nicht mit dem Schicksal. Und es verbrennt drei weitere Prophezeiungen. Ich habe hier drei Prophezeiungen über deine Zukunft, sagt das Känguru. Die Prophezeiungen werden eintreffen. Das prophezeit ist von großem Interesse für dich. Darauf gebe ich dir eine Geld-zurück-Garantie. Was sollen die drei Prophezeiungen denn kosten? Die drei kosten so viel wie die neuen. Ich schüttele den Kopf. Das Känguru macht das Feuerzeug an. Ich säufze und hole einen 20-Euro-Schein aus meinem Geldbeutel. Das Känguru nimmt ihn und reicht mir die drei Schriftrollen. Ich öffne die erste Prophezeiung. Da steht, Ich prophezeie, du wirst für drei Prophezeiungen einen Preis zahlen, den du für neun nicht zahlen wolltest. Ich öffne die zweite Schriftrolle. Da steht, Ich prophezeie, du wirst dein Geld zurückhaben wollen, es aber nicht bekommen. Ich öffne die dritte Schriftrolle. Da steht, Raum für Notizen. War zu bald duff, sage ich. Was du dir nicht alles einfallen lässt, um an ein bisschen Geld zu kommen. Oh, es ging nicht ums Geld, sagt das Känguru und zündet den 20-Euro-Schein an. Es geht mir nie ums Geld, es lächelt. Man sieht dich. Das Känguru zieht Pulver aus seinem Beutel, wirft es auf den Boden, Rauch steigt auf und einfach so ist es weg. Blutig. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, sagt das Känguru und streicht sich über seine nach hinten gegilten Haare. Ich bin Schatzmeister des Verbandes Deutscher Floristen, der sogenannten Blumen Group. Sicher haben Sie schon von uns gehört. Es trägt ein blassblaues Langarmshirt, über einem Hemd mit weißem Kragen, eine gemusterte Krawatte, Hosenträger, keine Hose und in der Pfote hält es eine Zigarre. Nun gut, welche Summe sollen wir denn für Sie anlegen, fragt der Bankberater. Eine halbe Million, sagt das Känguru. Oho, sagt der junge Mann und wird spürbar freundlicher, ein stattliches Sümmchen. Ja, sagt das Känguru. Es ist mir durch ein paar Tricks gelungen. Unter uns Verbrechern brauche ich ja nichts verheimlichen. Nein, natürlich nicht, sagt der junge Mann lächeln. Es ist mir gelungen, einige Gelder vor der Steuer zu retten und in meine private Tasche umzuleiten. Ganz prima. Mein alter BWL-Professor, sage ich leutzielig, ein Typ, der sich seine Resthaare über die Glatze gegelt hat, sagt immer, eine Bank ist wie ein Friseur. Man geht hinein und verlangt. Einmal waschen und anlegen, bitte. Ja, ähm, wie sollen wir das Geld denn anlegen, fragt der Bankberater. Machen Sie das Portfolio ruhig so, wie ich meine Steaks mag, sagt das Känguru. Ah, sagt der Mann, well done. Nein, sagt das Känguru, blutig. Wie bitte? Sie verstehen mich schon, sagt das Känguru. Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Und je größer die Ausbeutung, desto größer die Rendite. Das ist auch klar. Gehen Sie da hin, wo es weh tut. Ich will dritte Welt, 16-Stunden-Tage-Kinderarbeit, ich will Landminen, Streubomben, Atomkraftwerke, ich will Rohstoffe aus Krisenregionen, Öl aus Naturschutzgebieten, spekulieren Sie mit Lebensmitteln, egal was. Ich, ich, ich weiß nicht, sagt der Mann, vielleicht sollten Sie mit meinem Vorgesetzten, der kennt sich da besser aus. Nein, 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 sagt das Känguru, Sie schaffen das schon. Mir ist ja völlig egal, was Sie mit meinem Geld machen. Hauptsache, Sie machen mich reich. Nein, das trifft es nicht. Hauptsache, Sie machen mich noch reicher. Das ist natürlich mein Job, sagt der Mann, aber... Ich will doch nichts anderes als all die anderen, die ihr Geld hier anlegen, sagt das Känguru. Nein, nein. Störte Sie etwa, dass ich so offen bin? Nun ja, ich, also nun... Sie sind mir ja ein Herzchen, sagt das Känguru. Wenn Sie Gutes tun wollen, hätten Sie nicht Banker werden dürfen. Nein, nein, ich will natürlich nichts Gutes tun, aber... Na, fein von mir aus, sagt das Känguru. Ich kann es auch wie in Ihrer Werbung formulieren. Suchen Sie mir bitte Firmen und Konzerne, die in den ärmsten Ländern der Welt wichtige Investitionen tätigen und mithelfen, diese Länder aufzubauen und den Menschen dort Perspektiven durch Arbeitsplätze zu bieten. Das Känguru fängt an zu lachen. Die Infrastruktur und die Segnungen der Marktwirtschaft. Ein hysterischer Lachkrampf hinter das Känguru am weitersprechen. Sie, Sie machen mir Angst, sagt der Mann. Das Känguru hört abrupt auf zu lachen. Sie wollen mein Geld nicht haben? fragt es. Seien Sie versichert. Ich finde einen Schreibtischtäter, skrupellos wie ich, der keine moralischen Bedenken hat, für mein Anlagekapitalprovision einzustreichen. Und Sie haben anscheinend den falschen Beruf? Es steht betont langsam auf. Denken Sie mal darüber nach. Guten Tag. Wir verlassen den verdutzten jungen Mann und die Bankfiliale. Und nun? frage ich. Tja, sagt das Känguru. Noch die Commerzbank da vorne. Dann machen wir Schluss für heute. Come with me. Ich stehe irgendwo auf dem New Yorker Flughafen und weiß nicht wohin. Sir, come with me, brüllt ein beeindruckend kräftiger Sicherheitsmann quer über den Flughafen. Er deutet mit seinem Zeigefinger in meine Richtung. Ich drehe mich um. Leider steht niemand hinter mir. Er sagt, I want you To want me? frage ich eingeschüchtert. No, I want you So bad? frage ich. No, I want to break free? frage ich. Entschuldigung, immer wenn ich Englisch spreche, schießen mir diese Liedzitate durch den Kopf. Und irgendeine Zwangsstörung nötigt mich dazu, diese sofort auszusprechen. Leider spricht der Mann kein Deutsch. What? He said, Captain. He said, Captain. I said, what? He said, Captain. Shut up and let me go, sage ich. Er droht mir mit seinem Zeigefinger. I want you to follow me, sir, sagt der Mann. Please. Okay, sage ich und denke, I will follow him. Follow him wherever he may go. Der Mann stupst mich an und sagt, come with me. Aha, yeah, sage ich. Und dü-dü-dü, 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 singend folge ich ihm. Er führt mich in einen kleinen Raum und setzt sich mir gegenüber an den Schreibtisch. Mr. Kling. Could you keep calling me, sir? Frage ich. Sir Kling. Well, Sir Kling. I want to be sedated. No, I have to go to the bathroom. No, and I do not know any song with that line. You're right, that wasn't the song. I'm sorry, where is my mind? Anyway, please sell me lies, sell me sweet little lies. No, I'll tell you what I want, what you really, really want. Would you please stop in the name of love? In the name of the semi-automatic rifle I'm carrying. Ich nikke. Thank you. I need to ask you what you do. I did do nothing, sage ich. I swear, but the moon and the stars and the sky. I meant, what is your profession, your job at home in Germany? Oh, I'm an artist. I mean, a small artist. Or maybe you would call it a little artist. No, that would be a juggling dwarf. Well, you see, I go on stage and tell stories. You're a comedian. I'm kind of like, well, you know, I'm kind of, yeah, okay. I thought so, sagt der Mann, very funny. Well, thank you. Well, let me tell you, that's an explanation, but no excuse. Ich nikke. Der Mann gibt mir meinen Koffer. Well then, have a nice day, circling. Welcome to the House of Fun, the United States of America. Wir wollen zur Freiheitsstatue. Vorerst stehen wir aber nur in einer langen Schlange vor einem Takeaway-Pizzaladen. What dauert das, flucht das Känguru. Ich fühle mich wie in diesem einen Theaterstück, sage ich. Welches Theaterstück? Warten auf to go. Very funny, you old joke cookie, sagt das Känguru. Ich blicke mich gelangweilt um. Neben dem Pizzaladen ist ein Starbucks, ein McDonald's und ein geschlossener Schlecker. Gegenüber eröffnet gerade ein neuer Bubble-Tea-Laden. Pizza ist ja übrigens vor einiger Zeit vom US-Kongress als Gemüse klassifiziert worden, sagt das Känguru. Hast du das gewusst? Was für ein unfassbar geiler Satz, sage ich. Kannst du den bitte wiederholen? Pizza ist ja übrigens vor einiger Zeit vom US-Kongress als Gemüse klassifiziert worden, sagt das Känguru. Ein Hammer, sage ich. Ist mein Lieblingssatz. Was war denn dein alter Lieblingssatz? Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Goldkettchen. Wer hat das gesagt, fragt das Känguru. 50 Cent? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Interessiert dich eigentlich gar nicht, warum der US-Kongress Pizza als Gemüse klassifiziert hat, fragt das Känguru. Na, bestimmt gibt es irgendeine Vorschrift, die besagt, dass Mahlzeiten in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, was weiß ich. Bestimmt geht es um das Essen an Schulen, das muss wahrscheinlich aus seinem so und so großen Anteil Gemüse bestehen. Und dagegen hat die Fastfood-Industrie finanziell gut ausgeschattete Einwände erhoben. Und da hat man quasi als Kompromiss einfach Pizza als Gemüse klassifiziert. Du hast mir meine Geschichte kaputt gemacht, sagt das Känguru. Das war so, ja? Ja. Der Kongress hat beschlossen, dass alles, was zwei oder mehr Teelöffel Tomatensoße enthält, als Gemüse bezeichnet werden darf. Toll, sag ich. Wer definiert, der regiert. Sicher, sagt das Känguru. Ich glaube, die nächste Meldung dieser Art wird sein, einem Vorschlag des Deutschen Zigarettenverbandes folgend wurden Zigaretten aufgrund des hohen Anteils an getrockneten Pflanzen vom deutschen Parlament heute als Frühstücksterialien eingestuft und sollten somit Teil einer jeden gesunden Ernährung sein. Ein Sprecher des Kriegsverteidigungsministeriums erklärte heute auf Nachfrage, dass es sich beim Afghanistan-Krieg nicht um einen verlorenen Krieg handeln könne, da die Bundesregierung von Anfang an betont habe, dass es sich bei diesem Krieg gar nicht um einen Krieg handele, sondern um einen Bundeswehrbetriebsausflug. Wenn überhaupt, handele es sich also nicht um einen verlorenen Krieg, sondern höchstens um einen misslungenen Betriebsausflug. Dass Deutschland Kriege verliere, sei auch sowas von 20. Jahrhundert. Endlich bekommen wir unsere Pizzen und Schlender los in Richtung Freiheitsstatue. Der Obama, sagt das Känguru, der ist ja eigentlich einer von den Guten, nur lassen ihn die anderen nicht. Witzig, sag ich. Nein, nein, sagt das Känguru, ich meine das ernst. Der kann nicht, wie er will, aber der ist Jurist. Darum macht er so Tricks. Wie bitte? Na, du musst das mal zu Ende denken, sagt das Känguru. Wenn jetzt zum Beispiel du zwei oder mehr Teelöffel Tomatensauce essen würdest. Ja. Dann enthältst du die ja. Und? Bist dann also per Definitionem ein Gemüse. Und? Es gibt keine Gemüserechte, sagt das Känguru. Es muss ja nur noch anordnen, dass die Leute in Guantanamo einfach jeden Tag Spakete mit Tomatensauce zum Mittag kriegen. Dann ist das lagerrechtlich kein Thema mehr. Dieser schlaue Fuchs. Das Känguru blickt sich um. Ich glaube übrigens, dass wir uns verlaufen haben, sagt es. Kein Ding, sage ich und hole mein Handy aus der Tasche. Ich rufe mal kurz bei der NSA an. Sie wissen bestimmt, wo wir sind. Ich wähle die Nummer der Hotline. Du, du, tsk. NSA, Navigation Service of America, sagt die freundliche Frau am Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hören Sie, sage ich. Schön, dass Sie zufälligerweise Deutsch sprechen. Wir möchten zur Freiheitsstatue, aber wir haben uns total verlaufen. Einen Moment bitte. Ich orte Sie kurz. Ah ja, ich sehe Sie. Also da laufen Sie leider ganz falsch. Einfach mal umdrehen und ein gutes Stück in den Gegensätzen Richtung gehen. Dann kommen Sie zur Fähre. Vielen Dank, sage ich und winke. Gerne, sagt die Frau. Winke, winke. Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte vorlesen. Sie heißt, das ist die Meinung des Autos. Wir gehen Kaffee trinken. Guck mal, sage ich, als ich mit dem Pappbecher zurück an unseren Tisch komme. Das ist lustig. Auf die Pappbecher sind schlaue Zitate draufgedruckt. Ich habe Zitat Nummer 246. Ich zeige dem Känguru meinen Becher und es liest. Wir sind die erste Generation in der Geschichte, welche die extreme Armut abschaffen kann. Das ist unser Glück, unsere Herausforderung und unsere Verantwortung. Jeffrey Sachs. Das Känguru blickt mich an. Was ist daran lustig? Fragt es. Das Kleingedruckte unten. Das Känguru liest vor. Das ist die Meinung des Autos und nicht notwendigerweise die Meinung von Starbucks. Ist es nicht schön, wenn die PR-Abteilung und die Rechtsabteilung so wunderbar Hand in Hand arbeiten, frage ich. Ich finde, andere Konzerne sollten das übernehmen. Zum Beispiel, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Antoine de Saint-Exupéry. Das ist die Meinung des Autos und nicht notwendigerweise die Meinung von Vielmann. Nicht notwendigerweise die Meinung. Das ist so feige, sagt das Kängurukopfschüttel. Das regt mich wirklich auf. Entweder man macht eine Ansage oder man hält die Klappe. Aber eine Ansage zu machen und sie dann sofort vorsorglich davon zu distanzieren. Diese Distanzierungsmanie ist ja eine regelrechte Krankheit. Sich bloß nicht auf irgendetwas festlegen lassen. Das zieht sich schon durch alle Lebensbereiche. Die Leute sagen ja nicht mal mehr, ich liebe dich. Die sagen, ich liebe dich. Bitte beachte die Fußnote. Und in der Fußnote steht, Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand und unterliegt als solcher naturgemäß Schwankungen. Dies ist also eine zeitlich begrenzte Schätzung und mit keinerlei Rechtsansprüchen verbunden. Alle Ereignisse und Personen in dieser Aussage sind fiktiv. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig. Keine Tiere kamen beim Sprechen dieses Satzes zu Schaden. Ich hätte große Lust, den Leuten voller Kanne gegen das Schienbein zu treten und danach zu sagen, ich distanziere mich hiermit von dem Tritt gegen das Schienbein. Bäh! Weißt du, was passiert, wenn man sich immer alle Türen offen hält? Dann zieht's, mein Freund! Dann wird man krank! Diese verblödete Wischi-Waschi-Kultur. Die Welt ist echt voll von Arschlöchern. Rechtlich abgesicherte Arschlöchern. Fußnote. Das ist die Meinung des Kängurus und nicht notwendigerweise die Meinung des Autors. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Danke. Applaus 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 Vielen, vielen Dank. Applaus Ich hab nichts mehr, das stimmt nicht. Ich will euch nicht anlügen, ich könnte noch total viel vorlesen, aber ich muss Lust machen, weil, aus Gründen. Und, aber ihr kennt vielleicht das Konzept, das Kängurus hat das erfunden, das sind falsch zugeordnete Zitate, ja, also zum Beispiel, I want it all, I want it all and I want it now. Oh, Wladimir Putin, ja, also das wäre so ein Beispiel, das wäre so ein Beispiel, ich habe eins zum Schluss, ja. Liebe Leute, ihr müsst nicht nach Hause gehen, aber hier könnt ihr nicht bleiben. Anton Schlecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Applaus Vielen Dank fürs Hiersein, es gibt, glaube ich, keine Schnapspralinen mehr, aber da hinten noch Tannenzäpfle, wer noch hierbleiben will, vielleicht können wir den Autor auch noch überreden, auf einer Apfelschorle vorbeizuschauen. Schönen Abend jedenfalls. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.